Gas und Ölheizungen raus, Wärmepumpen rein. Habecks Heizungspläne verunsichern das Land. Für die Wirtschaft zu schnell, für Hauseigentümer zu teuer und für viele nicht nachvollziehbar. Grüne Energie und rote Linien. Die Wärmewende in Mitteldeutschland. Fakt ist, am Montag um 20.30 Uhr im Livestream und ab 22.10 Uhr im MDR Fernsehen. Untertitelung des ZDF, 2020